Fünf Fięer Drei 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 Tour Hopefully Owners Kommt mit rauf Offensive Sagt wenn ihr rauf Geht dann kommt schon komm Nein ist auf lufth cloud komm von hinten wir lufth cloudesz von hinten rauf Kiff instructions lasst hier rauf warte hier jetzt Rezi und ja Ja du hast noch zu gebaut Geht noch Podcast Wir haben Hits Ich ham richtig viel Hits Hab beide Naja Beide Wenn hinter dir rum ist, wenn hinter dir bin ich. Nice, hier unten ist einer. Nachbarn, du bist for life, ne? Hab ich gespielt? Aber f*** dich. Die waren unten, die waren unten, oder? Ja, du hast mich auch gespielt, du Wichser. Nein, 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 nein. Ja, ich dachte, das würde tun. Ja, ich bin wieder reingesprungen. Der Anti-Bait ist da. Omid, komm mal zur Bau-Base. Ja, du denkst, es ist ja alles 110. Immer noch von uns, achso, es ist Vermeus, null. Es sieht alles, ein Formrecht, ein Villager, ein Villager von uns aus. Da liegt alles. Vermeus wird das in der Bau-Base. Nein. Jetzt, er trug's jetzt in die Chess. Wie hoch hast du die Yakuza dahin gebaut? Was? 129. Nein, 129. Wann ist das Laufen? Da ist voll hoch. Omix, ich hab jetzt nicht drauf. Ne, ne. Na, warte. Junge, wie er auch versucht, einen Hit zu bekommen, ne? Warte, ich kann auch nicht. Er denkt auch, er hat 7er-Range. Ja, hier Omix. Ja, ich hab ihn gut dahin geschaffen. Ja, ich hab ihn gut dahin geschaffen. Ja, hier Omix. Was ist? Ich denke mal Eisenblöcke. Nice, nice, nice. Da haben wir noch Kont. Da haben wir noch Kont. Ah, du hast dich dort eingebaut. Ich habe hier Webs ganz viel. Hier ist ein Double-Web. Ja, kann ich auch. Hier ist ein Double-Web. Also egal, was ich mache. Stärke. Okay, ich brauch Eisenschwer. Nice. Komm auch noch. Er hat auch Stärke. Er hat auch Stärke im Range. Er hat beide. Nice. Lass du mit Stärke reißen, nix. Lass du mit Stärke reißen, nix. Lass du mit Stärke reißen, nix. Junge, ich saß nur rappt, du, Kevin. Ich auch. Und ich hab den trotzdem in den Händen gefickt. Warum hast du mich ins Rack gesetzt? Hey, ich hab gar keine Webs gehabt. Hä? Ich war im Rack. Vielleicht bin ich auch. Junge, ich hatte nur Webs. Wie soll ich dich in den Rack setzen? Und dann gar nicht wissen. Der ist so gut. Nice. Der ist so gut. Ich hab ihn mit zusammen. Ich hab ihn mit.